Anhaltende Schlaflosigkeit führt zu Verwirrung, Delirium, Halluzination und letztendlich zu Demenz und Tod. Also müssen Sie unbedingt versuchen zu schlafen. Passen Sie auf sich auf, Frank. Willkommen im 21. Jahrhundert, alter Mann. Ich habe für meinen Boss den Kopf hingehalten. Er hat den Kerl umgebracht. Ich habe einen Haufen Geld dafür gekriegt. Wir beide, wir werden verlorene Zeit wieder gut machen. Für all die Geburtstage und Weihnachten, die ich verpasst habe, der gehört jetzt dir. Ich habe nur noch dich. Hast du etwa vor, dich zu rächen? Ich habe mit diesen Menschen abgeschlossen. Versprich es mir. Du hast am Ende viel länger absitzen müssen, als wir alle gedacht haben. Du steigst also wieder ins Geschäft ein? Nein, ich möchte nur ein paar alte Freunde überraschen. Die Welt hat sich verändert, seit du jung warst. Die billigen Nutten verpissen sich. Dad, ich dachte, du bist fertig mit denen. Du hast gesagt, dir geht es nicht um Rache. Offene Rechnungen müssen beglichen werden. Gangster zu spielen ist doch Kinderkram. Und wir sind keine Kinder mehr. Hi. Ich bin Frank. Simone. Jemand hat auf dich geschossen? Na ja, er hat es versucht. Ist es das wirklich wert? Macht das jetzt noch irgendeinen Unterschied? Die sterben doch sowieso alle. Ja. Und wenn du zuerst umgelegt wirst? 19 Jahre lang. Habe ich kein Wort verraten. Ich fürchte, mir sind die Nettigkeiten ausgegangen. Ich bin der Dranen und erinnere. Dieisa. Ja. Nein. Wir sind deshalb verraten. Vielen Dank.